Polynome kennen wir aus der Schule. Das sind Gleichungen mit einem x- und einem y-Wert, wobei der x-Wert auf der rechten Seite mehrfach mit verschiedenen Exponenten vorkommt. Je nach dem Wert der höchsten Potenz sprechen wir von Polynomen zweiter Ordnung, wie in diesem Fall, oder Polynomen dritter Ordnung, wie hier, oder allgemein Polynomen k-ter Ordnung, wobei man für k dann den Betrag des höchsten Exponenten einsetzt. Kurz zur Begrifflichkeit. Der erste Term hier, das x, wird als lineare Komponente bezeichnet. Der zweite, das x², als quadratische Komponente. Und der dritte, x³, als kubische Komponente. Die einzelnen x-Terme haben dann noch Gewichte b1 bis bk, mit denen sie multipliziert werden, damit man dann auf den entsprechenden y-Wert kommt. Und schließlich gibt es auch wieder den y-Achsenabschnitt b0. All das sollte noch vage aus der Schulmathematik übrig geblieben sein. Betrachten wir aber die zweite Variante hier auf der Folie mal ein bisschen genauer. Der erste x-Term hat keinen Exponenten, der hier ausgeschrieben wäre. In Wahrheit stimmt das aber nicht. Sondern auch dort steht ein Exponent, nämlich die Zahl 1. Weil aber x hoch 1 gleich x ist, lässt man diese 1 oft weg. Wenn wir nun hergehen und all unsere Exponenten um ein paar Millimeter nach unten versetzen, dann steht da plötzlich unsere Grundgleichung für die multiple lineare Regression. Der vorhergesagte Kriteriumswert y-Dach ist in dieser Gleichung gleich dem y-Achsenabschnitt b0 plus b1 mal x1 plus b2 mal x2 plus b3 mal x3. Der einzige Unterschied zwischen der polynomialen Gleichung und der multiplen linearen Regressionsgleichung ist also, dass wir bei der polynomialen Gleichung Werte aus derselben x-Variablen in leicht transformierter Form als Prädiktoren einsetzen, während die Prädiktoren in der multiplen linearen Regression Werte aus verschiedenen Variablen sind. Das spielt aber eigentlich keine Rolle, denn x, x hoch 2 und x hoch 3 sind ja eigentlich verschiedene Variablen. Das sieht man sofort, wenn wir in dieser Gleichung hier anstatt von x hoch 1 einfach x1 schreiben, anstatt von x hoch 2 einfach x2 und anstatt von x hoch 3 einfach x3. Das sind ja nur Symbole und damit ist die polynomiale Regression eigentlich dasselbe wie die multiple lineare Regression. Allerdings nicht mit verschiedenen Prädiktoren, sondern mit verschiedenen Transformationen desselben Prädiktors. Eine solche polynomiale Regression Quelle Breche